Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen, Zeit einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Amen. Liebe Online-Gemeinde, herzlich willkommen zum Mittagsgebet, das heute wieder aus Wien kommt, wieder einmal aus der Lutherischen Stadtkirche, hier mitten im Zentrum Wiens. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Die Stadt ist ein bisschen voller geworden. Die Geschäfte haben zum Teil wieder geöffnet. Die Menschen flanieren schon durch die Straßen, aber trotzdem ist es nicht so wie früher. Trotzdem ist alles anders. Und da bin ich persönlich dankbar für solche Orte wie diese wunderschöne Kirche, die so ein Ort der Ruhe und der Kontinuität ist. Seit dem 16. Jahrhundert werden hier Gottesdienste gehalten, ursprünglich katholisch, seit 1783 evangelisch. Und seit jeher war diese Kirche ein Ort, an dem Menschen im Gebet Kraft und Stärkung gefunden haben. Ein Ort, an dem Gottesgeist und Gegenwart spürbar ist. Und im Vertrauen, dass er auch jetzt mitten unter uns ist, wo auch immer wir sind, feiern wir diesen Gottesdienst, dieses Mittagsgebet in seinem Namen. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete den Wochenpsalm nach der Übersetzung der Zürcher Bibel. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme, mein Flehen. Er hat sein Ohr zu mir geneigt. Ich will ihn anrufen, mein Leben lang. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ängste des toten Reichs mich befallen. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach, Herr, rette mein Leben. Gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Bin ich schwach, so hilft er mir. Finde wieder Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes getan. Du hast mein Leben vom Tod errettet, mein Auge vor Tränen bewahrt, meinen Fuß vor dem Sturz. Ich darf einhergehen vor dem Herrn im Land der Lebenden. Den Kelch der Rettung will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Amen. Liebe Online-Gemeinde, die Losung zum heutigen Samstag steht in Deuteronomium, also im fünften Buch Mose im 30. Kapitel. Und dort hält Mose dem Volk Israel kurz vor seinem Tod nochmal eine große Rede. Und er verspricht Israel, der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zu gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Der Herr wird sich wieder freuen. Liebe Gemeinde, ich finde diesen Zuspruch gerade jetzt sehr aufbauend und tröstlich. Der Herr wird sich über uns freuen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe im Moment selbst nicht so viel Anlass, mich oft über mich zu freuen. Oft bin ich ungeduldig im Umgang mit der aktuellen Situation, im Umgang mit anderen, mit meinen Liebsten oder auch im Umgang mit mir selbst. Oft fühle ich mich überfordert und gleichzeitig sehe ich, wie ich hinter meinen Ansprüchen zurückbleibe. Schon wieder das Lernpensum fürs Examen nicht geschafft. Schon wieder die Telefonliste nicht abgearbeitet und trotzdem auch den Kindern zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schon wieder nicht laufen gewesen. Schon wieder nichts Gesundes gekocht. Schon wieder nichts gesagt, als ich den Mund hätte aufmachen sollen. Schon wieder die richtigen Worte nicht gefunden. Und mitten in dieses Gefühl hinein höre ich die Worte, der Herr wird sich wieder freuen. Und das Gute ist, das gilt ohne Wenn und Aber. Ich muss gar nichts tun, dass Gott sich freut. Ich muss nicht anders werden, mich nicht abrackern oder anstrengen. Gott nimmt mich schon jetzt so, wie ich bin. Und mehr noch, er akzeptiert mich nicht nur, er freut sich sogar über mich, über dich, über sie, über jeden von uns. Und in Psalm 139, da erklärt uns Gott das so. Ich kenne dich durch und durch. Ich sah dich schon, bevor du im Mutterleib bereitet wurdest. Ich habe dich geschaffen, deinen Körper und deine Seele wunderbar und einzigartig. Ja, liebe Gemeinde, so sieht uns Gott. Und ich glaube, wir sollten viel öfters mal versuchen, uns durch Gottes liebende Augen zu sehen. Uns und natürlich genauso die anderen. Den, der gerade nervt. Den, den ich gerade gar nicht aushalte, dessen Verhalten ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auch über ihn, ja, auch über den freut sich Gott. Und diesen Blick sollten wir nie aus den Augen verlieren. Amen. Gott, du freust dich über uns wie ein Vater. Du kümmerst dich um uns wie eine Mutter. Deshalb bringen wir unsere Bitten und Wünsche vor dich. Hilf uns, wenn wir wieder einmal keinen Glauben an unsere eigenen Möglichkeiten haben. Wenn wir in Gedanken, Worten und Taten Verachtung für uns und unser Können zeigen. Wenn wir uns nicht gleich viel lieben wie die anderen. Sei bei uns. Lass uns im Licht deiner Liebe und Freude neu erstrahlen. Gott, hilf uns, wenn wir wieder einmal unseren Nächsten nicht aushalten. Wenn uns das Verständnis fehlt. Wenn uns die Nerven durchgehen. Wenn uns die Verzweiflung packt. Hilf uns, unseren Nächsten durch deine liebenden Augen zu sehen. Deine Freude soll uns sprachfähig machen. Soll uns helfen, aufeinander zuzugehen. Soll uns helfen, die Gräben im Herzen zuzuschütten. Gott, hilf auch allen, die keine Zukunft für sich sehen. Den Einsamen und denen, die um ihre Existenz bangen. Hilf jenen, deren Beziehungen sich verdunkelt haben. Und denen, die um liebe Menschen bangen und trauern. Rufe sie bei ihrem Namen und zeige ihnen deine Freude, sodass auch sie diese Freude in ihrem Leben wiedererkennen können. Und was wir darüber hinaus erbitten, legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020